so ne stirbt noch nicht ganz stirbt immer noch nicht das heißt die beste chance hat tatsächlich caper mit 200 prozent und sie verfehlt das ist schlecht dass er klont sich jetzt naja direkt neben mir ist auch okay tschüss natürlich warum getan bleiben die darf sich nicht mehr bewegen schade aber was die machen kann es die kann ihn noch in der runde geben damit der hier hinlaufen kann und tschüss was war das für eine mickrige aktion haut einfach dagegen das glas gehen die runden jetzt weg oder ja jetzt gehen die weg gut das also ich muss mich jetzt sputen ich muss mich sputen 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 da zieh ich mal hinterher bonsai die aktion von dem ich hau mal das glas weg ich hau mal das glas weg will do Lucy nimmt einen etwas anderen weg die geht nachher gleich da rüber Tempo Tempo Tries es ist es ist schmilzt eine die 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 sie die 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 Ich habe hier ein paar Abenteuer. Warte mal! Ich habe hier ein paar Abenteuer. Warte mal! Ich finde es am besten nicht raus. Wer ist in der Schule? Hier komme ich! Die kann doch bestimmt ganz gut schießen. Schon unterwegs! Kein Problem Boss! Ich bin ein bisschen rausgekommen! Hast du das gesehen? Ruhig! Na toll! Ich wollte es mal spannender machen. Äh, meh! Das wird jetzt gleich wehtun. Scheiße, das kann sein, dass er sogar stirbt. Ey, wollte ich eigentlich nicht. Geh mal dahin und mach bitte Hilfsprotokoll auf den. Nicht auf den. Auf den da. Big Mama steht da so ein bisschen blöd. Die kann jetzt jede Detektion gebrauchen. Die kann der noch ihre Aktion geben. Verbessert das Teamwork. Damit kann die vielleicht noch einen wegschießen. Das wäre eine noch bessere Idee. Warte mal. Bereite Abschuss vor! Rücke vor! Da müsste die auch noch außerhalb der Sprengreichweite sein. Die könnte den Mewton kaputt kriegen. Tut sie aber nicht. Die wollte es auch spannend machen. Kein Treffer! Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Probieren wir es einfach nochmal. Hier, zweite Chance. Sehr gut. Jetzt haben wir nur noch einen, der quasi eine Granate schmeißen kann. Munition verbraucht! Und geh doch einfach mal wieder weg. Zu Befehl! Du 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 du. Taktische Analyse. Okay. Unantastbar ist unbesieber. Okay, der macht Feuerschutz. Das ist gut. Versuchen wir den Phantom mal wegzukriegen. Das wird sich auch so ein bisschen wie das Geräusch von Iron Man. Halt mich! Lass mich etwas Ammo! Lass uns schon jetzt gehen. So. Klatsch. Gut. Meine Ammo ist hoch! Hallo! Hallo! Meine Ammo ist hoch! Ich gehe jetzt! Ich brauche hier eine Schmerz-Karte! Au! Das ist nicht gut! Jetzt aber! Also den jetzt, wer fehlte denn? Dann wäre Rupfernmals... Verloren! Ich kriege den doch nicht von da, oder? Na ja! Immerhin daneben! Muss mich zusammenreißen! Mach trotzdem Schaden! Ja! Ja! Das Problem ist... Der ist nochmal dran! Da schicke ich mal Outrider vor! Kein Problem, Boss! Und dann den in der hinteren Deckung. Schmerz-Karte! Beim nächsten muss ich stürmen! Oh, guck mal! Der läuft doch! Nicht schlecht! Manners 1,5. Die Alienübertragung ist immer noch aktiv und die Zeit wird knapp. Schalten Sie schleunigst das Relais aus! Ja, ja, ich bin ja schon dabei. Schauen Sie jetzt! Augen auf das Target! Kommander, wir haben das Alien-Relais identifiziert! Einfielen kann ich's nicht, ne? Ballern wir's ab. Ich bin alle weg! Lass uns das machen! Manners 1,5. Wir haben die Zerstörung des Relais bestätigt. Die Alienübertragung ist abgerissen. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde und rücken Sie zur Evakuierungszone vor. Ach, hier ist sie schon. Wie praktisch. Bereit für den Angriff! Gebe Feuerschutz! Brauche Deckung, lade nach! Also wir haben noch Torwächter hier. Schnitte sind immer wachsam. Backen! Backen! Halte ich mal. Geh hoch und geh zurück! Also jetzt möchte ich die anderen Feinde aber auch haben. Also die bringen ja auch Geld, ne? So ist es ja nicht. Wechsel Position. Oder Mineralstoffe, irgendwas. Na los, zeigt euch! Rock'n'Roll! Ich frage sie echt, wo ist er? Gut, du gehst! Die könnten dahinter sein, die könnten aber auch in der Richtung liegen. Ich bin auf dem Weg! Ich bin auf dem Weg! Darf ich nochmal schauen? Das kann ich machen! Mir entgeht nichts! Mein Leben liegt in ihren Händen. Mein Leben liegt in ihren Händen. So, aber die kann mal da bleiben. Ich sehe alles. Siehst du irgendwo? Auf Overwatch! Und die schieben alle nach vor. Bin dabei! Gebe Feuerschutz! Hier komme ich! Auf Overwatch! Geh in es fertig! In Ordnung! Auf dem Weg! Bin auf dem Posten! Rachenhandel da! Wo ist der Gegner? Wo ist der Gegner? Lalalalalala! Zu Befehl! Bin dabei! Ah, da sind die! Gut! Huch! Flup! Habt ihr es gesehen? Flup! Wie ein Flummi! Durch den Server durch! Natürlich! Gut, die Wand ist weg! Er ist still los! Auf den Truppen her! Ah, da ist der Ball! Ich werde dich immer finden! Schönes Bild! Wirklich schön! Guck doch, wie war... Der hatte richtig Rüstung, ne? Diese verdammte Rüstung! Ja, jetzt hat er sich leider dahin bewegt, wo er nicht hin soll. Ja! Ich stehe zu Ihren Diensten! Ich stehe zu Ihren Diensten! Die sieht den da durch Auch gerade so noch Die muss eben mal die Rüstung wegschreddern Bzw. die ignoriert Rüstung Nei, das bisschen hilft Und das hilft gut Das hilft sehr gut Wie ist das? Kriegst du den jetzt weg? Probieren wir mal Daneben Kein Rüstungsdurchschlag Ein Schaden Was auch immer du sagst Mich das wieder ankotzt Oh, wohin weg Dann nicht Am Ziel vorbeigeschossen Da ist ihn noch nicht mal getroffen Ja, Wahnsinn Leeren Spalt Nee Wie, düddel Können wir sie nicht dahin casten? Komisch Also mir gehen langsam die Optionen aus mit den Gegnern Oh, eine Frostbombe Einfach mal so Damit wir es mal gemacht haben Mega-Kracher Was heißt das jetzt? Okay Oh, hat funktioniert Bin 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 Vielen Dank.